Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 2. März 2018? Heute ist Vollmond, aber bei Sonnenaufgang ist die Vollmond schon vorbei, weil die exakte Vollmondposition ist um 1 Uhr 51 Minuten. Was bedeutet ein Vollmond? Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond bekommt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden Himmelskörper, Sonne und Mond, in gleichem Tierkreis zeichnen, in gleicher Gradzahl stehen, dann ist es Neumond. Mond entfernt sich ziemlich schnell von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase. Das heißt, die Mond bekommt das Licht, die Sonne immer mehr liegt, nimmt zu. Diese Zeit eignet sich dafür etwas beginnen, was zunehmen soll, was vermehren soll. Dann erreicht die Position, wo genau gegenüber von der Sonne steht, wie heute bei diesem Vollmond. Das heißt, Sonne und Mond stehen gegenüber und die Sonne kann den Mond voll und ganz beleuchten. Wenn das in einem Mondknoten befindet, dann haben wir ein Finsternis, aber heute ist kein Finsternis. Mond entfernt sich wieder ziemlich schnell von dieser Position und bekommt immer weniger Licht, weil nähert sich zu der Sonne und wir erleben das als abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich ganz gut dafür, etwas starten, beginnen, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen oder loslassen oder trennen von etwas. Die heutige Vollmond, genau in diesem Zeitpunkt, wo das exakt stattfindet, geht die Tierkreis zeichnen Schütze in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht im Westen die Tierkreis zeichnen Zwillinge nach unten. Und das sind die Themen, das heißt Ausland, Reisen, Fremdsprache, aber auch Kommunikation, Medien, Nachrichten. Dieser Vollmond, dieser exakte Vollmond in Tierkreis zeichnen Jungfrau befindet sich auch im Bereich, was mit Ausland zu tun und da sind Einschränkungen da. Wir fühlen uns ein bisschen eingeschränkt, was die ausländischen Kontakte betrifft oder die Reisen betrifft oder diese Einwanderungspolitik betrifft. Und Jungfrau, das heißt, wir wünschen die Ordnung. Und gegenüber liegt die Sonne aber nicht nur die Sonne, sondern auch Neptun. Also man fühlt sich auch enttäuscht von dem ganzen System gerade, was fehlt die Struktur, es fehlt auch die Gleichgewicht. Also das sind die wichtigen Themen, was viele Menschen natürlich beschäftigt und sie brauchen eine Lösung. Und es ist wichtig, die Nachrichten zu achten, welche Informationen wir gerade bekommen. Auswanderung, Einwanderung, das sind die Themen und es verliert gerade die Gleichgewicht. Die Menschen fühlen sich enttäuscht, sie brauchen die Gerechtigkeit, sie brauchen die Systeme, sie brauchen Einordnung und sie fühlen sich eingeschränkt gerade. Und es kommt nicht richtig im Fluss und das, was viele Menschen empfinden und bei dieser Vollmond heißt mehr Klarheit oder suchen Auswege, eine Lösung. Man braucht eine Lösung. Bei dieser ganzen Situation, einige Menschen denken auch nach Auswandern, also planen, dass das die Land verlassen und im Ausland leben dann. Natürlich, das kommt auch noch dazu. Dieser Vollmond wird von Zosma bestrahlt. Nicht nur die Vollmond, sondern unseren Planet Erde seit einigen Tagen hat ein Einfluss von Zosma. Und das bedeutet Umarmung, Umgürtelung, man sucht Kontakte, man versucht sich zu verbinden. Und dieser Stern, Zosma, hat bei den Babyloniern eine Bedeutung gehabt. Weil sie haben diesen Sternen verehrt, den Sternen der Orakel oder Prophezeiungen. Nicht nur Zosma bestrahlt diesen Vollmond, sondern auch der Nebula. Und der Nebula heißt übersetzt Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und die Chinesen bezeichnen diesen Sternen der Nebula als den Richter, den göttlichen Gericht, die Richter. Die alten persischen Astronomen haben diesen Sternen beobachtet, diesen der Nebula, wo gerade auf diesem Vollmond einen Einfluss hat. Und sie haben festgestellt, da kommt immer ein Wechsel, eine neue Richtung, ein neuer Wind weht. Also so könnte ich diesen Einfluss beschreiben. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Tierkreizeichnen. Die Tierkreizeichnen Fischengeborenen befindet sich die Sonne. Und bei Sonnenaufgang geht die Tierkreizeichnen Fische im Osthorizont auf. Bei Vollmond, bei der exakte Vollmond, ist es noch die Schütze. Aber bei Sonnenaufgang ist die Tierkreizeichnen Fische, wo im Osthorizont aufsteigt. Für die Fischengeborenen ist es natürlich auch wichtig, wahrgenommen zu werden. Aber es ist wichtig, die inneren Gleichgewicht achten, orientieren, etwas in Ordnung zu bringen, etwas im Fluss zu bringen. Sie fühlen sich ein bisschen eingeengt. Glück haben die in die Liebepartnerschaft, weil da bekommt ein guter Einfluss von Jupiter gerade. Also die Liebepartnerschaft kommt etwas in Bewegung. Wichtig ist das inneren Gleichgewicht. Aber dieser Glück in die Liebepartnerschaft muss nicht unbedingt heute sein, sondern das kann auch in den kommenden Tagen passieren. Auf jeden Fall sind die Fischengeborenen gerade wahrgenommen, werden sie wahrgenommen. Ein klärendes Gespräch zu führen, ist auch sehr wichtig, weil die Fischengeborenen brauchen gerade die Orientierung und sie brauchen gerade die Klarheit, sonst fühlen sie sich eingeengt. Bei Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist wichtig, die Sicherheit und Stabilität. Und sie möchten auch wahrgenommen werden. Sie setzen etwas, werden etwas im Schwung bringen. Kraft und Mut haben die Wiedergeborenen. Und bei vielen Wiedergeborenen ist das auch die Umbrüche und die Veränderungen. In den kommenden Tagen wird etwas sichtbar sein. Bei Tierkreis zeichnen Stiergeborenen ist wichtig, die berufliche Situation und die Finanzen. Das kommt auch in Ordnung, weil darum kümmern gerade die Stiergeborenen. Aber nicht nur die Finanzen und die Beruf ist wichtig, wo sie Stabilität brauchen oder bekommen. Gerade diese Stabilität, sie haben auch gute Gespräche, sondern in die Liebepartnerschaft, haben die Stiergeborenen auch Glück. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen, fühlen sich ein bisschen eingeschränkt momentan. Sie verlieren zur Zeit die Gleichgewicht. Aber wichtig ist zurückhaltend sein, die Ruhe bewahren. Jetzt nicht handeln, nichts Neues anfangen. Abwarten, bis die Mund im Tierkreis zeichnen vage ist, weil dann kommt wieder die Begeisterung und auch die Aktivität. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, kommt etwas im Fluss. Sie bekommen gerade die Klarheit, die Orientierung und sie werden auch wichtige Entscheidungen treffen. Sie befinden sich in einer Wandlung. Aber wichtiges Thema wird auch sein, die Liebe und die Partnerschaft. Das bekommt auch eine Struktur gerade. Bei Tierkreis zeichnen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Karma. Karmische Neuaufgabe. Natürlich bei Karma kommen auch Erinnerungen, alte Erinnerungen. Und das, was die Löwengeborenen spüren, diese alten karmischen Erinnerungen, und das versuchen sie zu verwirklichen im beruflichen Umfeld. Sie suchen ihren Platz im Leben. Sie suchen ihre wahre Berufung. Natürlich, manche Löwengeborenen sind orientierungslos, weil das ist das Gefühl. Aber da braucht man auch ein Vertrauen, das auch zum Wagen. Die Kraft und die Mut ist da. Jetzt ist wichtig, die Orientierung. Und es ist gut, jetzt gerade bei diesem Vollmond die Klarheit zu bekommen, die Augen zu öffnen. Was ist die Berufung? Und bei abnehmenden Mundphase von etwas verabschieden, wie Gefühlen, wie Zweifel oder Angstgefühl. Oder kann auch eine Kündigung sein, da wirklich das in Tat umsetzen, kündigen und etwas Neues starten beruflich. Bei Tierkreiszeichnen, Jungfraugeborenen, spielt natürlich eine große Rolle diese Vollmond, weil das befindet sich im Jungfrau. Natürlich, die Mondenergie wirkt auf uns alle. Das Thema ist auch noch, die Jungfrau etwas in Ordnung zu bringen. Welchen Bereich brauchen wir Ordnung? Das ist die Ausland, die Reisen, die Kontakte, die Auswanderung und Einwanderung. Das ist eine dieser Struktur. Das braucht Ordnung und das strahlt gerade. Die Tierkreiszeichnen Jungfrau aus. Und so fühlen auch die Jungfraugeborenen. Sie brauchen auch eine Ordnung, welche Veränderungen. Vielleicht spielt wirklich auch die Reise auf den Privatebenen auch eine große Rolle. Besonders bei den Jungfraugeborenen eine Reise zu planen oder ein Umzug, ein Neuanfang oder Kontakte zum Ausland oder ein Studium kann auch eine Bedeutung sein. Etwas spiegelt auch das Leben. Klarheit zu bekommen, mehr orientieren, befreit zu sein, Gespräche suchen. Denn die Liebepartnerschaft ist auch ein wichtiges Thema gerade, weil das spiegelt sich auch etwas für die Jungfraugeborenen, das auch in Ordnung zu bringen. Aber nicht nur warten, sondern aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen. Bei Tierkreiszeichnen Wagengeborenen ist momentan ein wichtiges Thema, die berufliche Situation. Damit Klarheit zu bekommen, wo ist ihren Platz beruflich. So ähnlich wie bei den Löwengeborenen. Nur bei den Wagengeborenen sind es keine karmischen Themen, sondern einfach die Orientierung etwas zu verbessern in beruflichen Situationen. Die Gespräche sind momentan so unklar, so empfindend, dass die Wagengeborenen, es ist sehr schwierig, jetzt momentan Entscheidungen treffen, obwohl wichtig wäre ein Umbruch, eine Veränderung, ein Neuanfang. Weil das spiegelt gerade etwas für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichnen Skorpiongeborenen, haben Glück in die Liebe und das können sie auch genießen. Nicht nur in die Liebe-Partnerschaft, sondern auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder in einer Gruppe etwas gründen oder aktiv zu sein. In einem Verein oder in einer Partei. Da können die Skorpiongeborenen einiges in Bewegung setzen. Bei Tierkreiszeichnen Schützengeborenen, die fühlen sich ein bisschen eingeschränkt heute bei diesem Vollmond. Ein bisschen beengt bei ihren Möglichkeiten, ein bisschen geduldig sein, bis der Mond übergeht in Tierkreiszeichnen, Waage. Dann kommt die Leichtigkeit und die Begeisterung, auch Kraft und Mut haben gerade die Schützengeborenen. Bei vielen Schützendamen kann das die Liebe bedeuten. Ein neuer Mann sind zwar auch in der Liebe-Partnerschaft auch gewisse Einschränkungen da, aber das kann auch bedeuten bei vielen Schützendamen, dass sie beenden die Partnerschaft oder sie lassen etwas los oder sie trennen gerade. Aber ein neuer Mann kommt auch, diese Begegnung ist zum Erwarten. Nicht alle Schützendame meine ich damit, aber einigen Schützendamen wird das zutreffen. Die Tierkreiszeichnen Steinbockgeborenen, brauchen Sicherheit, Stabilität und Ordnung. Aber sie haben gerade eine Lernaufgabe, auf ihren Visionen, auf ihren Träumen zu hören und das in Realität umsetzen. Die Chancen und die Möglichkeiten sind da. Dieser Vollmond hilft, Klarheit zu bekommen, orientieren und schöne Einflüsse auch von Merkur, auch von Venus, das sind die Gespräche oder die Liebe-Partnerschaft. Also die Chancen sind wirklich da. Bei Tierkreiszeichnen Wassermanngeborenen ist wichtiges Thema, ein Aufstieg wahrgenommen werden, in Befändlichkeit zu treten. Und auch die Finanzen, die Berufung, auch die Finanzen ist auch ein wichtiges Thema. Erfolgreich zu sein, das ist die Möglichkeiten, was das Leben gerade bietet bei den Wassermanngeborenen. Und das war mein Tagesorakel. Ich habe auch eine Vollmond-Liebeslegung gemacht mit meinen eigenen Karten. Und diese Legung können Sie anschauen in meinem anderen Kanal. Und dieser Kanal heißt Meisterin des Kartenlegens, eine große Legung für die Liebe, genau in diesem Zeitraum von Vollmond bis Neumond, eine allgemeine Legung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Liebe. Vielen Dank.